Okay, und was machst du? Äh, starte mal. Ja, du brauchst Lied. Ah, es sind nicht Lied, okay. Müsst du Trio oder Duo? Äh, da wird, äh... Wieso bewegt dein, dein Skin bewegt das bei mir absolut null? Äh, schließe Orientierungsspiel ab für Duo. Man muss ein Trio holen. Okay, okay. Der Trio, mein ich muss es ja doch machen. Ähm, eigentlich kann ich durchstarten. Ich kann mal random weiß. Vielleicht kann man A zu enden. Ich muss, ich, ich, ich mute mich, okay? Ja, es ist egal. Ich kann. Ich kann. Ich hab gar keine Ahnung, weil ich wo warte, geil. Ich mag keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ein Chumper soll ich spülen. Ich spüle meinen, ähm... Wir werden alle unsere Feinde besiegen. Ja, leider cool. So und das meint, das meint mega cool ausgesagt. Ja, das ist ja auch ein Lave und guck. Ah, ich weiß nicht, wie sind so gepostete Leute. Ja, das ist euer Chumper. Ja, das ist euer Chumper. Wir werden das Ende nahe. Oder neu anfangen. Chumper im Squat, ja. Die sind ja, die gewonnen will ich, ja. Ähm, ähm, ich okay, Plank, okay. Ich bin schon gesagt mega kränkes. Du bist Jumpmaster, ah fuck! Okay, dann sprang... Der ist dein Platz, ich schon. Ich kenne gar nicht, Beppo, ich komme aus der Telefon. Dann gehen wir mal durch, ne? Ich folge ihn da, anders stürme ich. So landen wir schon wieder. Was ist denn los? Oh, come on. Okay, ich habe keine Waffe, halt. Ich bin einfach flat. Ich gehe sonst mal sterben. Kein Wurf! Ah, ich habe ein Wurf! Ich habe ein Wurf! Ich habe ein Wurf! Ich habe noch ein Wurf! Nein, ich habe keine Wurf! 1 ok an der rucksack für den job mod ok chauffeur mit fährenswunsch dinge ich weiß nicht was ich mich so brav bin ich habe mega angst du brauchst du back wir haben nur 45 sekunden der ring ist weit weg ein bisschen überschreit ich will keine zeit verlieren ich will sehen wo man hin muss also ja ich habe gesehen gesessen die streife auf der quad wir sind alles auf von der sohn ok ok das haben wir ein ding dann ok ok oh schwer wie möchte ich denn da schon doch können wie warst du da rupkomm ich komme nicht mal rupgesprungen ich bin so wie ein jetpack wo ich x milan gedrängt habe ich lehne schon blut dick ooo ok ich meine ich muss den dann zuhören weil sonst krepp ich immer runter also schlafe schlafe und schlafe in der anderen hand drin leckeren okay der ring schließt sich und wir sind alle in der gefahrenzone und wir sind alle in der gefahrenzone wir sind aber gleich schon im rahen schön Ah, das hat zu respawn. Okay. Also, die Recker-Paketen aus! Vorräte sind untermix. Feuer! Es ist ein Schiff geknackt! Das ist ein Geräcker-Everbrutal. Wieso fand ich kein Ding? Ist da gebuscht oder haben wir gekriegt und ist gebuscht? Okay. Ja, schon gekillt! Das ist noch nicht. Okay. Repariere! Okay. Let's go! Okay. Ich weiß nicht, ob es noch interessanter ist. Ich weiß nicht, ob es noch interessanter ist. Ich weiß nicht, ob es noch nicht mehr ist. Wie kann ich weitergehen? Ok, das ist ein Zeug. Ja, ich weiß nicht. Ich hab' da noch ausgewählt. Oh, hast du ein Dreckgeschropp. Ja, du machst' für mich selbst. Du machst' für mich selbst. Du musst'ia schon verwenden von wenn du nicht schaffst. Ja, mal, wenn du mich immer schaffst. Ja, mal, den ich ausgewählt habe. Ich bin in einer Person, ja. Ich bin in einer Person, ja. Ich bin in einer Person, ja. Ist ja nicht immer wieder, ja. Ich bin in einer Person. Du, ich bin in einer Person, ja. Ich hätte gerne geworfen, die schnippen uns auf alle 2 Meter nur, Leute. Alter, was ist denn, wir kommen hier? Ah, Uffa. Kannst du heraufsprachen und kriegst ihn heute Vollschut? Nee, ne? Ach, du kannst Vollschut kriegen. Moment, ich brauche mal aufhören. Ah, da hast du hier den. Ah, okay, da tun wir noch Schaufschutz und Muni. Das hilft man nicht. Die Schaufschutz und Muni können schon mal voll losen. Oh, Shopgaming Speedfire. Wo steht, was für, was für, ah, das Farf, die man sieht, okay. Ah, das die Deck für die Frischette Muni. Ja, und mir schwanget das die Farf, die bei den, bei den Waw aus. Oh, oh. Oh. Wo hast du? Oh, wo? Innen, innen. Ähm, innen. Deine Veterin auf uns presup位置iert. Nee. Ähra. Erschweinung, Greule. Ich willst da aber! Nenane Nenane Neneii Merazza fragt mich, du Bestand Ich willst das gleich Merazza fragt Wdidn't Schwer! Schwer Oh du Bop Kashey god, ich esse dir Ich schäfer ihn da Ok. Oh mein Gott. Oh, was war denn noch? Schwier, man. Es war ein Maschinenlogger. Der wird mich länger ver... Ah, schon rum. So, geht der mit dir. Holt mal Luft. Ich komm, der kann... ... passen... ... eh,ju. Hi, bossa, 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 bossa. Ja. Ich will, mach halt ein bisschen ehlung. Oh, die Spitfire ist nicht richtig. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Meleid, Meleid! Wir haben geschürt! So. Ohhhh. Eigentlich war das aber für mich hier an. Oh nein. Du raps natürlich, der Goof. ... ... ... Off, aber ich vorne. So geil mein šjaun. ... ... ... ... ... ... ich fand aber witzig also wir müssen noch alles lehren ja mann verschiedene sache kann ich schon okay jetzt gibt es ein Lootkisch denn also bist du so aufgebaut wie bei CSGO ja probier ich mal das nächste weg ich kann noch etwas zu trinken du ich mache gleich einfach dir selbst ok ich will in andere Characters hin oder? ich will in andere Character hin ich bin schwarzpulver ich hoffe ich will nicht der einzige zwischen Leben und Tod dort fühle ich mich am lebendigsten Ich will mal in eine andere Charakter einfach. Ich hab schon mal mehr Chancen. Ah, zum Jobmaster. Komm, feier euch so einen Sieg. Die Schlacht liegt unter uns. Das ist die Musik. Das ist einfach so episch an dem Spiel. Ähm, ja. Ich hoffe mehr vorne und direkt da bist. Ich hab schon nicht getrennt von dir. Ja. Na gut, na gut, na gut. Decker Scheiss, Mann. Decker Scheiss. Oh, nice. Oh, toll. Stär. Wuchstär. Ziemlich toll. Von einem für alles, gell. Aber nicht, das wird spät. Oh, ne. Oh, ne. Ich glaube, wo ist das schon zwei Jäger gekillt? Ne. Ja, komm mal. Ich schlöre noch. Noch. Was annab mir noch? Ich komm. Boah, ja sicher. Nee, nee, komm mal! Warte, warte. Warte, warte. Okay, warte, warte. Warte, ich komm mir hier auf Zeit. Ich komm mir hier auf Zeit. Es ist nur bei dir. Nee, ich komm dich gut nicht. Ich komm nicht wieder, will ich? Hä? Serio? Das steht halt nicht. Okay, oh Gott. Es ist halt geblokiert. Ah, voilà. Oh mein Gott, wie war ich? Ich muss mal irgendwo fahren. Ich will den EG nur gekillt, nicht mehr und mich auf falsch. Serio? Ja. Du war aber noch in den Asu gegriffen, oder? Das hat euch auch gut nicht grob auf den anderen Peach da. Äh, das ist der Boot. Eigentlich. So, Wichser. Ich komm direkt so schwer an, dass ich die Boote gehöre. Äh, ich bin froh, irgendwo auf zu fahren. Ich bin froh, irgendwo auf zu fahren. Das kann auch nicht sein, aber... Aber Fortnite verdient sich mit mir auf die Waffe. Oh. Okay, schon hab ich's gefunden. Sekunde, lade Schilder auf. Und dann noch mal! Du. Ich bin froh, oder? Ja, wir sind ganz genug bei der Saison. Ja, wir sind ganz genug bei der Saison, sowieso. Äh, wir sind gespielt. Ach, das? Ja, ja. Komm, herr. Oh. Schäle, mach schäle, mach schäle, mach schäle! Ja... Ich muss meine Schilder kommen. Oh, fuck you, man. Sag, komm, 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 es ist ein Team. Nee, ich bin da rein für sie. Nein, du hast gestürzt. Bist du aber nicht schlecht? Nein, du hast gestürzt. Hier ist dein Scharfschutz. Ich rieche Baba, ich rieche Baba. Er geht in Profi nach. Er geht in Diamond. Ja, ich rieche. Ja, ich rieche. Ja, ich rieche. Ich rieche. Ich rieche. Ja, ich rieche, du hast gestürzt, oder wie du gegangen? Ideal für uns zu fangen. Wie sie genau richtig kommen. Oh, ich rieche. Ich rieche mir, du hast gestürzt, einfach Diamant, gell. Ich muss unbedingt drühen, denn mein Mann hat das Untergeburtstag. Ah ja, du musst drühen. Und plötzlich, mein Mann, gib mir den Kopf auf, und sie kriegt sie hier, sie wenn sie schon. Ah, ich kann nicht. Mein Mann hat das sonstige Geburtstag, wenn mein Mann ist tot. Ich habe schon immer meine Mann kann er gelehrt, und die kommt nicht, Leute. Oh, das stimmt doch nicht. Und zwar die einzige Mann, wo ich hatte. Das ist ja bei meinen Großeltern abgeworfen. Weißt du? Man nennt mich das Auge des Sturms. Ich kann noch viel auf, dass ich bei ihren Großeltern größte sind. Ja, meine Eltern haben schon eine Woche da, sozusagen, ein Depotnähert. Und dann, äh, oben sind sie mich sicher. Ich komme dann hin und so aufnehmen. Eine halbe Stunde, zwei, 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 zwei. Ja, nächste Nacht sind wir schon bei meinen Bäumen deponiert. Ja, wir sind immer zu zweit. Das ist euer Champion. Ja, wir haben keinen Unterschied, ob wir den Bord töten oder nicht. Ja. Aber ich weiß, dass es besser ist, ob sie beide Größer und die beiden Alten sind. Das sieht bei mir ganz leicht aus. Ich bin immer noch der Champion. Ah, wo müssen wir da hin? Ich liebe diesen Teil! Haha! Ich liebe diesen Teil! Manchmal muss man einfach mal den Seitwisch! Mal sehen, ich wollte den da... Problem, was wir wissen können wir gerade gar nicht aufória, wo wir miterst ein Loss aus aét bist. doch da kommen wir noch rum da ist ja da kommen wir noch rum das kann ich mal irgendwie auf direkt rum so schnell hey das ist halt so rach ok wir tun das eigentlich automatisch von überhaupt keinen von mir sind eigentlich wahren schon nein schein ne schritt zweimal hat das automatisch ne zum beschein ooo ooo ich muss da zehnmal mich schnell machen ich weiß da doch mal nicht mehr weit bis zum ring ah da kommst du gut du mod ich meine halber nur noch sehen kann das denn das ist gut nur noch 30 sekunden du ja das ist jetzt der dreier mit schnack 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 ja wir hören schon w das ist aber mehr mit 140 Schönen wir doch mal geballert Zumindest wirst man noch mal schon wegen Waffen und wegen dem Mund immer müssen Wir gehen immer weiter, wir gehen immer weiter, wir gehen immer weiter Learning by doing, that is the best Hey, bei Fortnite ist Mora Mufunk, der durchgeraubt ist Ja, ich glaube, ich würde schon ganzer Mufunk's Fortnite-Gespiel tun Das ist ja wohl nicht der einzige Mann Bauer, oder? Das ist einfach, wo er direkt raufgehalten gehen wird und man guckt, dass der ins Wasser Hörte der Kostscher, ob sie es hieß und was bei denen ist bei ihnen Sechste sind zwei Pficht, und sechste sind drei Räume Ah, das wäre ein sehr schönes Euro, ein seltener Schub Ich denke, ich muss ein streamen da oben hier vorbei, ey, alles Wen? Jetzt, Matze sind Karim alle so viele alte Leute Ja, das ist ja so kippt wie meine Kollegen am streamen dran, ja Ja, na, und der Bachsache Ja Alter, warte, ich meine schon, der stream nicht und vorhin Ja, schon Warte, ich mache an dem Mund und Ja Woher mache ich das hin? Okay Theodor, was ist dein Problem? Das war jetzt nur Schwachsens Bist du im dauer Champion? Das ist sowieso schwer Ja Oh mein Gott, Level 3, was sind das für Level 3? Es sind Jumpmasters, ich weiß nicht, was Jumpmasters ist. Einfach her, ich sprang ihn an. Ich geh da nur. Äh, ich ping ihn durch, ok? Stopp. Ok, das ist eh noch ein bisschen mehr wie mir. Die Mädchen, das Spiel spielt jetzt die Franzose, gell? Boah, hier sind lauter Küsten, hier werden die Tür irgendwo vorne. Waffen wir? Ja, ja, guck mal. Wenn wir hier irgendwo vorne nehmen, dann sehen wir es falsch. Schon Mädchen geht es nicht mehr von der Küste. Tired? Mädchen, du bist zu safe. Du bist ein Healer. Was ist schlecht von den Healer als ich? Ich nehme mal den Healer. Oh, der erste Treffer! Beim Start abgestürzt und ausgebrannt. Krass! Jetzt sind noch so ein Extrem-Tron-Leist. Schon auch kein Wurf. Heuer sein! Booster, kannst du ja den wie du pingeln. Aber, äh... Schon ein Heuer vom... So... Schon ein Eingwurf. Wir sind schon im nächsten Ring! Jetzt müssen wir das mal abziehen. ich hab die Pistole ich hab die Pistole für die Rübe das ist automatisch da 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 das Skout Gewirsch äh schwer wie kann denn das anderen ist die mutter wie kann ich das anderen den titel Ok, wir sehen uns doch Im nächsten Ring! Macht euch bereit für die Party! Wo ist man denn Rang? Ach, wir sind am Rang Ihr werdet auch schon Flammen und Jank zu spüren, sind wir mit U-Fänger, naja weh Ich weiß nicht, ob der in der Brune rutscht Jo, cool, wuuu Warte, sie krieg ich noch Warte, warte, darauf erledigt zu werden Aaaaaaah Steh unter, Bischof Komm mal Na, du Das ist ja wohl auch der Doppelstil Ich wollte nur mit Rutschbartaste Schwier, du Witzbein Ich weiß nicht, ob es sogar nicht da wäre Komm, du hörst Was ist das? Na Was ist los? Ich leine noch Ey, die Räschelte Oder auch nicht Gut, enthält ihr keinen Rutschbart Merci Bappo, wahrscheinlich Ich weiß nicht, ob er das Film so Oh, ich will den Rutschbart Dann hat er gesehen, der Schlauter Geil, schnapp hier rüber Kuck 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 Ich bin bereit 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 Ich bin in vorn Ich habe was ihr braucht, falls ihr es euch leisten könnt. Ich habe was ihr braucht, falls ihr es euch leisten könnt. GDM und ich haben schon alles gesehen. Wir werden vergewaltigt. Zeit den Strom abzuschalten. Oh du All-Freiheit gewählt. Tussi-Club. 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 Wir laufen hier von drühen. Wo ist denn der Schuh, kein Schuh? Guck mal, die Flakst du, weißt du, was du... Mann, das sind hier nicht schon wohl leid. Komm, 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 komm. Bam, aber direkt wieder hochgeland, Mann. Aber war das nicht drin, ein Boff? Ja, schon ein Boff. Oh, nehm. Wohin kann ich ja wohl direkt ein Boff kommen. Die Schuh fischt. Oh, mein Gott. Nice. Das ist ja mega süß. Wir sind alle im Ring, gut. Das wird sich repetieren. Sie sind ein G7-Scout. Schon halb für den Masai, es sei streamen, so nebebeilerfe. Ich auch. Den irritiert mich, wenn ich schwitzt. Achtung, es gibt einen neuen Killspitzenreiter. Schon nicht gestimmt. Neuer Killspitzenreiter. Am Milch war es jemand mehr. Ja, das hält. Kläfen, der viel Munition im Ort, was geht. Da, ich hab gar nichts mit Feuer. Oh, da ist ein Schrotfeld. Da, das lebt rein. 301. Oh, das wird ein Ding noch gemacht. Was ist das? Okay. 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 Oh, der Billa. Schwingt Spitfire. Also bei ihm kann's alles gucken, geil. Weil da im ganzen Loot leidt. Okay. Oh, okay. Bei dem Zipsi heim. Oh, cool. Das ist alles, was du hast. Äh. Was kommt? Äh. Oh, seht mal. Materialien. So, wenn's das global so praktisch. Oh, schon ist hier. Herstellung läuft. Eine mit Weile. Und so ist halt auch so. Das ist ein erweitertes leichtes Magazin. Stufe 2. Die Hälfte der Squats ist noch übrig. Keine Zeit für Müdigkeit. Oh, wir sind halt der Gutei empfohlen. Oh, hat das gerutscht. Was hat gerutscht? Wie ist du viel rund? Sonst hat er's nicht gestürzt. Wunderbar. Hier ist eine Prawler-AMP. Schlossflintenverschluss. Hier ist eine Schüttbatterie. Schon kein Prawler, man. Prawler ist mega mal. Das ist ja der Biss, man. Und egal, wie man das durchspielt. Hier ist ein Laufstabilisator. Stufe 2. Ja, kann ja alles. Hier ist ein erweitertes Energiemagazin. Stufe 3. Ich hab' mir vorgegeben. Ich hab' mir vorgegeben. Hier ist eine Flatline. Erst shoppen, dann schieße. Erst shoppen, dann schieße. Komm her. Was haben wir denn hier? Hm. Ein Sniper gut, nur mal zu schläfen. Schwarzmarkt hier. Gehen wir shoppen. Schwarzmarkt hier. Gehen wir shoppen. Schwarzmarkt hier. Schwarzmarkt hier. Gehen wir shoppen. Ja, ja. Schukhaft. Das ist okay. Schnauz geholt. Der Bappo muss noch kommen. Dann hinab's verloren. Schwarzmarkt hier. Willst du shoppen? Schwarzmarkt hier. Du hast beim Lobachkanzler gucken, was alles du hast. Ja. Schwarzmarkt hier. Gehen wir shoppen. Ja, ja. Ne, ja. Sollt noch ein. Schöne die eh schauen und kehren. Nicht verstanden. Ja. Oh, das passt immer nicht. Ich bin zwar mehr am Spiel dran, wie ich gemangt habe. Hm. Ich weiß nicht, wie dir geht. Ich bin irgendwie mehr dran. Schanta kann auch alles. Ja. Schöne. Ich denke, dass ich von meinem besten Kollege, geil. Hier ist viel gesund. Hier ist Champion dran. Und alle, wenn ich bei ihm sehe, viel zu squatten. Das spielt ihn. Na, guck ich noch. Wir sind sonst noch bei ihm, weil ich die ganze Zeit nicht mehr so nur gucken. Nein, ich fahre. Wir pingden. Wir pingden. Ich weiß nicht. Wir pingden. Das wird wohl auch gar nicht. Ich habe schon nämlich gesehen. Wie soll ich noch gesehen? Ja, das kann ich nicht pingen. Wir haben eine Minute bis der Ring sich schließt. Nehmt mit was geht. Wir haben eine Minute bis der Ring sich schließt. Nehmt mit was geht. Ah, wir müssen auf dir. Ah, ich kann nur beschossen. Lauf, lauf! Gehen wir da lang. Zieh beide. Oh mein Gott! Juhu! Gott, dann kannst du noch reagieren. Große Klappe nicht dahinter. Ich spieße mich dabei durch. Oh, du hast zurückgegangen. Du sollst heute. Du wolltest bei euch kommen. Kannst du? Ja, du kannst, okay. Wie viel sind da noch dran? Acht! Acht! Jetzt! Das spielt Biest! Das spielt die Gutmann. Wieso laufen Scheibmenger Sniper? Ich brauche die gar nicht. Die pingen den an dem Scheiße! Das ist wirklich toll, dass wir das nicht rausfallen. Wir sind schon im nächsten Ring. Los jetzt! Sag Hallo! Wir sind schon im nächsten Gegner. Du bist schon im nächsten Gegner. Schon gut. Vorgeschritten. Ja, ich schreibe ja eins von der Mann. Feind, hier drüben! Arschgesinnte! Ja, ich kann. Schock! Boah, ja! Boah, ja! Wow! Oh! Wieso, ich bin schnell weg. Tja. Falsch gesagt. Wahnsinn. Da hin, was da hin? Fuck, fuck, ich muss nur lösen. Ja! Fuck! Ja, du hast Meta-Mash wie Merel gemacht. Und du hast genau 10 Minuten überlebt. Wow. Schön, du wirst ein Falsch nösen. Sehr gut. Hm. Mann, das ist nicht gut. der vorgleichs gibt es gehen zu dem spiel nie anziehen schlisten wird spieler auskommt und immer schön kreischt er aber schlicht er war mir erfen im bruder der jazzy Puff die Puff zwierle Es geht doch nichts über kalten Stahl an einem heißen Tag Zahle Ich darf vorstellen, euer Klämpchen Und wie weit ein Hörmann aufs Haut Boah, der gut Mann, ich hab nicht gemacht Ist der erste bestellt? Nee, ich hab nicht gemacht Puffer ist Jumpmaster Ist der Puff oder? Ich bin mit Puffern drin, machen wir das Die Räge ist wirklich, er bringt uns in den Dote Ich habe ein Mischung Ich habe ihn mit uns im Schwennen Mastel, ihr habt sein Komme, also Kline Also Kline Ich habe ihn mit dem, was ich auch ein Hörmann Ich habe ihn mit Hörmann Oh mein Gott Ich muss den Wiener nicht mehr so machen, bitte. Ich muss den Wiener nicht mehr so machen. Ich muss den Wiener nicht mehr so machen. Oh, es ist eine Wiener, ich weiß nicht mehr. Ich habe hier eine Anpassung, geboßete Lade. Ich habe hier eine Anpassung, geboßete Lade. Ich habe hier eine Anpassung. Das ist denn King Julien. Das ist Stufe 3. Ah, so geht das mit Ping an. Das erinnert. Erinnert. Ich habe alle Knapschüge direkt aus der Erinnert. Oh, ein Rucksäkerweiterung gefunden. Das ist gut. Schatzpaket, hier. Konzentriert euch auf den Schatzpaket. Ich habe einen Plan. Du bist ein Medikid. War schon ein Helfer. Kann ich nicht wissen. Ah, wir sind am Ring. Wir haben den King Julien. Das ist es. Ah, cool. Du kannst die Luftkasse ins Formel lösen. Neuer Kehlspitzenleiter bestimmt. Neuer Kehlspitzenleiter. Angebe. Ich gucke mal gerade all-gut-Guffe ... Oh Gott, schon Schützen. Ah, ich habe bessere Wachse gefunden. Ich habe beide volle Wachse in der Tee. Ich habe beide all-gut-Guffe besetzt. Sichert euch gegenseitig. Schöningsspidfyreifung. Sturmgewehr. Ich habe hier ein erweitertes Energiemagazin gefunden. Stufe 4. Ich finde es nicht spannend. Naja, schön, halt den Schilder. Das ist wie eine Erweiterung vom Trimminghof. Gut. Was hast du nicht geschossen? Ja, ich schleue ich. Ich bin es aber dabei mitgeholen. Das hat mich einfach lange los. Ich komme. ich hab dich Sieh! Ich lade meine Hilfe! Thank you! Ah, ich los in den Dingern zu fallen. Die durchzählen. Die durchstecken. Oh, ne Schleuen! Oh, wo? Ah, scheiß! Links bei einer Arena. Der wird mich einfach sterben, glaube ich. Ich werde nur einen Jerobe verhauen. So, was ist denn über? Oh, ja. Ich habe plötzlich noch eine Schmerz noch, die Affärmamafuckung zu klären. Ist okay, warum? Okay, dann. Ähm, wir sind umgeriecht. Wir sind einfach fair. Und das ist wirklich nervig. Das ist okay. Was hast du gemacht? Nein, das muss ich für die Firma unterstützen. In dem Fall. Ah, okay, okay, okay. Hast du noch eine Chance? Das ist schon oft. Das müsste ich schon ein paar Euro machen. Das ist die sechste Folge, wo ich für die Firma schon gemacht habe. Oh Gott! Das ist alles gut. Das ist alles gut. Dann gehen wir mal mit dem Party. Ja, ich kann ja morgen noch ein Mal probieren. Ja, sicher. Das war witzig. Das war witzig. Okay, dann bis morgen. Bis morgen. Ciao. 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 Vielen Dank.